Wir sind heute aus unserem kleinen, schnuckeligen Studio ausgezogen und hier auf den Flur. Und warum? Weil wir eine Runde spielen wollen. Genau, und damit hallo und herzlich willkommen zu Orga TV, zu unserer großen Spiele-Show heute in der Weihnachtssendung. Wir haben uns ein paar schöne Spiele ausgedacht, die die Mitarbeiter des Orga-Lehrstuhls spielen müssen und dabei zeigen können, was sie drauf haben. Lass uns aber nicht um den heißen Brei reden, schauen wir uns die Spiele an. Seit diesem Sommer ist der Doktor und jetzt ist der Leiter hier am Lehrstuhl. Und hier, wir sind gespannt, wie er sich bei unseren Spielen schlagen wird. Hier ist Dr. Uwe Eisenbeiß. Dass sie nicht nur mit der Saarbrücker Formeln umgehen kann, sondern bestimmt auch ein gutes Händchen hier bei unseren Spielen hat, das zeigt uns heute Frau Stefanie Müller. Wöchentlich ist sie in unserem Wodcast zu sehen, berichtet über Spannendes aus der Medien- und Technikwelt und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Hier ist Caroline Nimczyk. Zurzeit ist er leider selten im Saarland, aber wir haben ihn extra vom anderen Ende der Welt eins liegen lassen. Die Studenten auf meinprof.de geben ihm eine 2,2. Ob er diese gute Leistung auch heute unter Beweis stellen kann, das werden wir sehen. Herzlich willkommen, Prof. Dr. Christian Scholz. Das sind also unsere Kandidaten heute in unserer Spiele-Show. Welche Spiele sie spielen, das wissen sie noch nicht. Und in welchem Team sie spielen, wissen sie auch noch nicht. Genau, wir wollten auslosen, aber wir haben uns jetzt doch entschieden, den klassischen Geschlechterkampf, Männlein gegen Weiblein. Damit sitzen die beiden Damen schon richtig, wenn sie aber bitte noch eins rüberrutschen, dass die Herren auch nebeneinander Platz nehmen können. Somit haben wir zwei Teams. Im Team Rot, Christian Scholz, Uwe Eisenweiß, im Team Blau, Caroline Nimczyk und Stefanie Müller. Bevor wir aber zum ersten Spiel kommen, schauen wir uns erst einmal an, was im ersten Quartal 2007 am Lehrstuhl alles passiert ist. Am 18.01.2007 ist das Europa-Institut mit seinen MBA-Studenten auf Medienexkursion in Düsseldorf. Nachdem die Studenten eine Woche Medienmanagement theoretisch behandelt haben, geht es von Donnerstag bis Sonntag um die Praxis. Höhepunkte des Ausfluges sind die Besichtigung des Medienhafens, der Druckerei der Rheinischen Post sowie des Düsseldorfer Stadtsenders Center TV. Das Institut für Managementkompetenz hat unter Leitung von Professor Scholz mit dem Arbeitsweltmonitor ein neuartiges Instrument entwickelt und erfolgreich erprobt. Der Monitor liefert seit einem Jahr Unternehmen aktuelle Informationen für das Personalmanagement. In sogenannten Panel-Analysen werden Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen Fragen zu Karriere und Entwicklung, Finanzen, Arbeitsumfeld und Gesundheit gestellt. Die Ergebnisse geben einen Überblick über die Personalarbeit und es werden Trends und Stimmungen unter den Mitarbeitern sichtbar. Wer sich für die bisherigen Ergebnisse des Arbeitsweltmonitors interessiert, kann die Studie kostenlos auf der Homepage anfordern. Dass das Jahr erfolgreich losging, das haben wir jetzt gesehen. Aber die Kandidaten sind schon gespannt auf das erste Spiel und das ist folgendes. So, das erste Spiel ist Familienduell. Ich weiß nicht, ob die Regeln bekannt sind, aber die beiden mit den Luftballons müssen bitte nach vorne treten. Ich werde eine Frage stellen. Wer die Antwort als erstes weiß, der muss den Luftballon so schnell wie möglich zerstechen und darf dann die Antwort geben. Wenn diese Antwort auf unserer Tafel unter den Top 4 erscheint, bekommen sie Punkte. Dann darf das Team weitermachen. Also wenn jetzt Frau Nymchek die richtige Antwort hat, die hier unter den ersten 4 ist, darf Frau Müller eine nächste Antwort geben. Solange, bis eine Antwort falsch gesagt wurde, dann wird gewechselt. Dann wären die Herren so an. Ja? Okay. Fangen wir an. Wir haben 100 Leute am Lehrstuhl gefragt, nennen sie ein Thema, zu dem im Arbeitsweltmonitor Fragen gestellt werden. Scheiße, das geht nicht. Nichts zu dem Thema. Das geht nicht. 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 Das ist falsch gehalten. Das ist mein Thema, aber ich kann nicht. Gesundheit. Ja, Gesundheit ist richtig. Aber noch nicht die Top-Antwort. Jetzt ist Herr Scholz dran. Ich darf das jetzt sagen. Wir sind dran. Wir brauchen jetzt einfach ein Thema. Wir dürfen jetzt ein Thema sagen. Wie viele Fragen heute? Wir haben 100 Leute am Lehrstuhl gefragt, nennen sie ein Thema, zu dem im Arbeitsweltmonitor Fragen gestellt werden. Personalentwicklung. Du du. Leider falsch. Ich sag Karriere und Entwicklung. Karriere ist die Top-Antwort. Das ist die Top-Antwort. Ja. Das ist die Top-Antwort. Genau, richtig. Und damit gehen die Ladies 1 zu 0 in Führung. So, dann dürfen Sie wieder Platz nehmen. Ja, danke. Und Herr Scholz und Frau Nintzschek bitte ich hier zum Experteninterview. Entschuldigung, ich darf nicht hier bleiben. Entschuldigung. Wir sind beide Experten. Genau, und Thema des Expertengesprächs ist das Arbeitswelt, der Arbeitsweltmonitor. Und wir sind uns unterhalten. Wir sind uns unterhalten. Okay, von dem Trick. Bei der Version haben Sie schon richtig erraten. Sehr gut, ne? Ich beschäftige mich auch fast aktiv damit. Okay, was hat das am meisten überrascht? Am meisten überrascht hat uns, dass die Unternehmen sehr unterschiedliche Ergebnisse haben, finde ich persönlich. Und, dass es wahrscheinlich auch Korrelationen gibt, mit denen man erstmal nicht rechnet. Zum Beispiel? Das, was wir jetzt gerade drüber... Ja, genau. Das, was wir gerade rausgefunden haben, dass Bildschirmarbeit Menschen isoliert. Ja. Ist ja sehr klischeehaft, aber kommt wirklich dabei raus. Ansonsten? Ansonsten brauchen wir mehr Zuschauer sozusagen, mehr Teilnehmer. Wie macht man das, man kauft Teilnehmer, dann bekommt man Sponsoren. Das habe ich in dem Weblog gehört. Nein, machen wir nicht. Aber wie kriegen wir Teilnehmer mehr? Wir machen einen Appell an die Orgid-Volkern. Genau. An die Firmen, die... Welche Kamera, das ist ganz egal. Gut, wir nehmen die. Liebe Unternehmen, machen Sie doch mit bei unserem tollen Arbeitsweltmonitor. Es ist noch kostenlos. Und wir wundern uns, warum eigentlich niemand seine Mitarbeiter mal fragt nach den Stärken und Schwächen, die im Unternehmen sind. Vielleicht wollen die die Ergebnisse nicht hören. Vielleicht haben Sie Angst davor. Aber jetzt aber heute nicht mehr. Genau. Gut. So. Das war mehr zum Thema Arbeitsweltmonitor. Und wie es am Lehrstuhl im zweiten Quartal weitergegangen ist, das sehen wir jetzt. Der Aufschwung ist angekommen. Dieser Satz prägt den Wirtschaftsoptimismus im Mai. Ausgerufen wird er jedoch hauptsächlich vom männlichen Geschlecht. Trotz zunehmender Personalknappheit bekennen sich Unternehmen nur zögerlich zur Jobvergabe an Frauen. Gerade bei Unternehmen, die sich erst bei der zunehmenden Personalknappheit für weibliche Bewerber offen zeigen, sei Vorsicht geboten. Explizite Stellenangebote und Förderprogramme für Frauen seien oft ein Indikator latenter Frauenfeindlichkeit, mahnt Prof. Dr. Christian Scholz in seinem FAZ-Blog. In diesem können noch weitere Tipps und Kniffe zur modernen Arbeitswelt nachgelesen werden. Der Orga-Lehrstuhl ist vom 9. bis 15. Juni auf dem Wissenschaftssommer in Essen vertreten, wo über die These diskutiert wird, der Mensch im Arbeitsleben, überflüssiger Kostenfaktor oder wirkliche Chance? Grundlage dieser Diskussion ist dieser Brücker Formel, ein innovativer Ansatz zur Bewertung des Humankapitals eines Unternehmens. Spielkarten, die verschiedene Bevölkerungsgruppen repräsentieren und jeweils individuelle Handlungsempfehlungen bereitstellen, sollen das Interesse der Messebesucher für das Thema Humankapital wecken. So steht zum Beispiel die Herzdame für den Arbeitnehmer, der nicht länger als Kostenfaktor, sondern als Wehrträger im Unternehmen wahrgenommen werden soll. Mit Worten können alle unsere Kandidaten umgehen, aber was machen sie eigentlich, wenn sie diese Worte nicht benutzen dürfen? In unserer zweiten Runde geht es nämlich um die Montagsmaler. So, ich denke, die Regeln für die Montagsmaler dürften bekannt sein. Derjenige, der hier den Begriff, den ich ihm zeigen werde, anmalt, der darf nicht reden, sondern einfach nur anmalen. Und der andere aus dem Team muss das Gemalte erraten. Ich würde sagen, Ladies first. Wer ist die Kreativere? Wer möchte gerne malen? Wer möchte malen, wenn die malen. Okay, hier sind die Stifter. Und der erste Begriff ist dieser hier. Gesicht, Teddybär, Bär, 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 Bärentatze, 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 Bärenfell, Bären, keine Ahnung, Bären, ähm. Ein anderer Bär, was ist der andere Bär da? Achso, Braunbär, ähm, Braunbär, äh, Braunbär, äh, Schwarzbär, ähm, Ponderbär, Koala-Bär, Tatzenbär, Kragenbär, Koala-Bär. Ja. Zweiter Begriff? Ich weiß nie, wie es richtig ist. Äh, Peace. Nein. Mercedes. Dein war Benz. Autokennzeichen. Ähm, Mercedes-Benz. Auspuff, Auto-Abgase. Ähm, ähm, Auto, äh, Haupt, äh, Autofahrer, Chauffeur. Ähm, Rennauto, ähm, Mercedes-Rennauto, Formel 1, äh, aber ich weiß nicht, wie die Autos da heißen. Keine Chance, können wir weitermachen. Okay, dann ist beendet. Kriegt sie's gesagt? Mercedes und Mercedes wär's gewesen. Keine Chance. Dann sind jetzt die Herren dran. Das wird schwierig. Wollen Sie? Sie müssen zwei Begriffe also jetzt verraten. Und der erste ist, die sei leer. Ach, ich stehe mir den anderen. Und Katze, Maus. Lokomotivführer. Ja, okay. Zweiter Begriff. Das war's schon. Lokomotivführer. Gelesen, ja? Mhm, mhm, mhm. Sag ich mal kurz. Ähm, äh, äh. Mensch, Gesicht. Der Frau hat gesehen. Darf ich was aufschreiben? Mhm, nur mal. Ähm, mhm, mhm. Gesicht, Mann, Frau. Gesicht, Mann, Frau. Frau. Droppe? Nee. Ah, ich weiß nicht, ja. Bewertung. Ja, den Bär muss ich auch vorher. 50, 10, 20, 30. Ja, das stimmt. 50, 10, 20, 30. Das ist ganz schwer. Der bricht ja schon. Das ist aber ganz leicht. Steffi und ich wissen mal. Äh, Fähnchen, Karten. Nein. Bewertung. Geld. Ja. Bewertung. Sparbüchse. Geld. Brieftasche. Geldbörse. Tasche. Geldbörse. Ähm. Börsengeld. Börsenspiel. Sie müssen das wie die Steffi machen. Also, noch mal, noch mal das Wort. Nochmal das Wort. Geld. Geld, ja. Börse. Börse. Zweiter. Also das Wort heißt Geld. Börse. Zehn. Neun. Acht. Börse. 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 Irgendwie. Vier. Drei. Drei. Eins. Okay, fertig. Das war's. Jobbörse. Ich weiß nicht, was ich da malen soll. Jobbörse. Jobbörse. Ja. Ich wollte erst auf Börse. Also auf Geldbörse. Und dann das zweite Wort. Und dann wollte ich irgendwie dann Menschen malen. Jobbörse. Wie haben Sie Humankapital gedacht? Ja, das wäre auch noch ein Begriff gewesen. Jobbörse. Aber bei Humankapital sind wir beim richtigen Thema. Es geht nämlich jetzt mit dem Expertengespräch weiter. mit der Stefanie Müller und dem Herrn Professor Luther Scholz. Okay. Ach, Herr Scholz, das muss ich jetzt mal was erzählen. Ich weiß gar nicht. Das Experteninterview hier wieder an unserer Interviewwand. Okay. Zum Thema Saarbrücker vorn. Ich wollte erst ein B und ein... Okay. Herr Scholz, wie kommt man auf die Idee Humankapital zu bewerten? Wenn wir gar nicht alles mehr werten können, wir werten. Wir werten nur mal. Okay. Vor welchem Hintergrund? Warum? Das bringt uns so unterstützt. Für Unternehmen sind wir wichtig. Als Steuerungsgröße, um zu wissen, wie gute Unternehmen sind. Um zu wissen, wie gute Personalarbeit ist. Ja. Um Unternehmen wirklich werten zu können. Wie viele Unternehmen denken Sie, machen so was zurzeit? Oder denken darüber nach? Ähm, ähnlich wie vorhin, trauen sich noch nicht alle. Nachdenken sehr viele drüber. Mhm. Es würden sehr, sehr viele mitmachen, wenn Sie die Ergebnisse wüssten. Nach unten wissen, dass sie gut ausfragen. Ja. Sollen wir vielleicht auch diesmal nochmal einen Aufruf starten an die saarländischen Unternehmen? Wir können ja jetzt hier eine große Aufrufaktion machen. Die Kamera ist da. Steffi? Wir haben noch mehr Projekte als nur den Arbeitsweltmonitor. All diejenigen, die Lust und Spaß haben, mal ihr Humankapital zu messen, einfach bei uns melden. Also, wer nicht bei der Karo mitmachen möchte... Einfach zu mir. Wir haben viele Optionen. Sind beide recht gut im Spiel. Wir haben es ja gesehen. Können auch umzeichnen. Okay. Vielleicht müssen wir mal die beiden... Ja. Gut. Dann kommen wir nun zum ersten Zwischenstand. Nachdem das Spiel Tabu eher unentschieden ausgegangen ist, also jede Mannschaft einen Punkt gekriegt hat, steht es jetzt 2 zu 1 für das Lauer Team. Yeah. Ja. Aber nun kommen wir erst zu unserem letzten Spiel, das alles entscheiden kann. Denn es gibt für dieses Spiel für den Sieger 3... Das heißt, wer jetzt gewinnt, gewinnt das Ticket für das Finale. Und zwar ist die nächste Runde... Tabu. Tabu ist... Ja. Wir haben schon entschieden. Ja. Wir nehmen den zweiten Platz. Wir wollen sehen, wie die beiden spielen. Wir haben schon entschieden. Ja. Wir nehmen den zweiten Platz. Wir wollen sehen, wie die beiden spielen. Was ist das? Da gewinnt die Karo hier noch zu. An dieser Brücker Uni treffen sich 30 internationale Forscher zu ihrer jährlichen Tagung. Eine Trendbefragung von Professor Scholz im Vorfeld hat ergeben, dass für Zeitungen, Radio und Fernsehen Umsatzrückgänge erwartet werden. Die Bereiche Videogames, Internet und Mobile Services hingegen werden wachsen. Den daraus resultierenden Herausforderungen der Medienbranche gehen die Forscher auf den Grund und suchen Wege, den Herausforderungen zu begegnen. Vom 3. bis 8. August präsentiert der Orga-Lehrstuhl seine Saarbrücker Formel auf der Academy of Management Konferenz in Philadelphia. An der jährlich stattfindenden Konferenz nahmen im letzten Jahr 6000 Personen aus 73 Ländern teil. Die Saarbrücker Formel, die inzwischen im deutschsprachigen Raum als der führende Ansatz der monetären Hungankapitalbewertung bekannt ist, wird im Rahmen der Konferenz erstmals den amerikanischen Personalmanagement Community vorgestellt. Auf der Konferenz haben die Teilnehmer die Möglichkeit Systemunterschiede zu diskutieren. So, jetzt geht's weiter mit Tabu. Eben haben die Damen angefangen, jetzt dürfen die Herren anfangen. Jeder hat genau eine anderthalb Minuten Zeit. Derjenige, der erklärt, muss sich hier hin oder kann hier stehen, kann hier sitzen bleiben. Derjenige, der raten muss, muss sich so hinstellen, wie ich jetzt stehe, also mit dem Rücken zur Tafel, darf sich nicht umdrehen. Der Begriff, den man erklären soll, der steht in Schwarz. In Rot stehen alle Begriffe, die man nicht nennen darf. Ja, also Schwarz darf ich sagen und alle roten Begriffe darf ich nicht nennen. Sonst ist es ein Punkt für die anderen. Schwarz darf man auch nicht sagen. Schwarz darf man auch nicht sagen, weil es der Begriffe ist, klar. Kann ich wieder sehen? Okay. Und los. Die Gruppe von dem, was wir heute sehen, was ist heute Abend dran? Marvel TV. Was für eine Sparte ist das in der Medienwoordnabe? Internetfernsehen. Ja, erste Worte. Fernsehen. In ein dreibuchstabiges Wort. Web TV. Richtig. Das zweite, eine ganz neue Programmiersprache. Ja, das XLL. Weiter neu. Okay. Okay, das, was im Prinzip die englische Übersetzung von Inhalt durch Benutzer geschaffen. Äh, user-phrase content. Das, wo man sich selber im Internet präsentiert. Aus, nein, wo sie etwas, der Raum, der mir alleine gehört. Übersetzung. Der alleine gehört? Der Raum, der mir, my room, mini room, mini room, pi, nein, das erste ist richtig. My space. Ja. Okay, eine Minute 14. Ah, okay. Ach so, es geht um. Darf ich mal, ich wollte was fragen? Ich hätte, ich habe vergessen, normalerweise sind Übersetzungen nicht erlaubt. Nee, das wollte ich nicht fragen. Ich wollte fragen, sind das jetzt nur noch so Web 2.0 Sachen, weil dann tauschen wird. Also, es kommt ein bisschen drauf an, wer bei uns rät. Weil das ist ja, das müsst ihr doch nicht wissen. Ja, das ist aber Schummeln vorher. Ja, stimmt. Also, ich möchte nicht mehr fragen. Ja, aber Sie wissen, wie das ist. Jetzt haben Sie ja Glück gehabt, weil er kennt sich ja da aus. Zumindest andere hätte ich nicht gewusst. Doch, nicht, aber Sie kennt sich ja beide aus. So, wenn das jetzt SFO ist und ich rate, dann habe ich Pech, weil dann weiß ich. Gut, dann fang im Taxi hier vorne hin. Oder? Oder was ist besser mit der? Ich bin mir nicht sicher, was da besser ist. Oh, das kann die Karte nicht. Und Schluss. Jetzt wird's gut. Zeit läuft. Dann mach weiter. Nächster Begriff. Ich weiß. Das war auch nicht. Wir heißen, weißt? Wir haben gewonnen. Was ist das für Scholz machen? Lehre. Forschung. In der FHZ. Ähm, Blog schreiben. Das ist aber neig. Wenn man ganz viel zusammenarbeitet mit unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Personen, dann wählt man sich ein Netzwerk, das letzte war richtig, und vorne dran kommt noch ein Begriff, etwas Social Network. Oh Gott. Wenn Sie können, Sie können es auch über Zerlegung der Wörter irgendwie probieren. Wer hat sich wieder geholfen? Ja, das ist ja schon. Ich hätte da nichts drauf, wenn ich jetzt nicht mal weiß. MySpace YouTube. Tim O'Reilly. Oh ja. Web 3.0. Web 3.0 von 1.4. Das ist ja möglicherweise, also irgendetwas, was man macht. Also Sie nicht. Es hat was mit Bloggen, mit dem neuen tollen Web zu tun. Äh, 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 ich weiß es nicht. Ja, sie hat es aber schon genannt. Hat sie es schon genannt? Nee. Nee, nee. Nee, nee, okay. Ach so, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Bloggen, äh, schreiben, äh, hochladen, anmoden. Okay, ich glaube, das wird heute leider nichts mehr. Damit, ähm, haben die Herren gewonnen. Zum Start des neuen Forschungsschwerpunktes des Lehrstuhls über die zukünftige Nutzung mobiler Endgeräte begeben sich Professor Scholz und Dr. Eisenbeiß nach Asien. Japan und Korea gelten als Vorreiternationen bei der Nutzung mobiler Geräte als Internet und Spieleportale. Deshalb haben sie dort zukünftige Trends beim Wechsel von ortsgebundenem zum mobilem Webzugang analysiert. Europa steht diese Entwicklung noch bevor und wir wollen heute schon die Nutzungsmöglichkeiten von morgen prüfen, so Dr. Eisenbeiß. Am 25. Oktober wurden in Siegen zum fünften Mal der Best Purs Award für mittelständische Unternehmen verliehen. Der Preis ehrt Firmen, die sich durch eine besonders erfolgreiche Personalarbeit während des letzten Jahres ausgezeichnet haben. Die Qualität wird dabei anhand von zehn Kategorien erhoben, zum Beispiel Strategie und Vision, Personalbeschaffung, Personaleinsatz und Entwicklung sowie Kommunikation. In diesem Jahr konnten sich neben den Gewinnern DDS Dresdner Direktservice GmbH, Systems Multimedia Solutions GmbH und die Kassenärztliche Vereinigung Bayers KDÖR 37 weitere Unternehmen über das Best Purs Zertifikat für gute Personalarbeit freuen. Zur Beendigung des 1997 gestarteten Global Performance Projects begeben sich Prof. Scholz und Prof. Stein nach Brisbane, Australien. Das GPP untersucht im Bereich empirischer internationaler Organisations- und Managementforschung Muster erfolgreicher und nicht erfolgreicher Unternehmen. Der Forschungsrahmen konzentriert sich neben den traditionellen Komponenten des situativen Ansatzes insbesondere auf das Personalmanagement. Während des Forschungssemesters wurde die Thematik in einem Vortrag aufgegriffen und das dazugehörige Buch annähernd fertiggestellt. Also wir haben einen Gewinner oder ein Gewinnerteam. Das sind die Herren der Schöpfung. Die Damen müssen jetzt leider gehen. Auf Wiedersehen. Danke fürs Mitspielen. Glück Applaus. Gut und jetzt gibt es... Jetzt haben wir unsere Weihnachtssendung wieder für uns. Jetzt haben wir die traditionelle Weihnachtssendung. Jetzt gibt es noch ein Expertengespräch von vorne. Und da ist es schöner als Licht. Und da ist die Expertenrunde zum Web 2.0. Über Web 2.0? Moment. Warum versteht ihr das unbedingt? Es wird zu viel geplaudert. Es wird sehr viel, ja so beratermäßig, tolle Dinge werden verkauft. Hinter denen aber eigentlich gar nichts Neues steckt. Man erzählt ja über irgendwelche Netzwerkeffekte, die jetzt plötzlich auftreten, die keiner versteht, aber die es schon seit 100 Jahren gibt. Also mit Glück zu 100 eigentlich gar nichts zu tun haben. Und ich glaube deswegen versteht das keiner, weil eigentlich keine Substanz in den meisten Diskussionen sind. Und wie können wir das ändern? Ja, wir haben das schon im Seminar versucht zu ändern. Da ist es uns auch teilweise gelungen. Ja. Und ja, wir müssen nach und zu mal ein bisschen was in den unterschiedlichen Medien platzieren, publizieren. Also mehr publizieren zu Web 2.0. Ja. Ist das nicht jetzt eigentlich paradox? Ja, das ist eigentlich... Wenn wir einen Zeitschriftenartikel über Web 2.0 schreiben? Eigentlich müssen wir bloggen darüber. Ja. Aber dann... In der Blogger-Szene nimmt das niemand einen Arzt. Nein, ich hoffe jetzt. Okay, das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist auch ein Aufruf, in der Blogger-Szene uns ernst nehmen. Ja, man muss dann mal über richtig Sachen nachdenken, diese Strukturierung, wirklich mal unterschauen, was der Konzept dahinter steht. Weil der Moment wird dann nur über Heißflucht geladen. Und das ist eigentlich schade, weil das ist ein recht interessantes Thema. Das ist ein spannendes Thema. Das sind einige Dinge, die man damit gut lösen könnte. Ja. Also fast so spannend wie Arbeitswelt-Monitor und Hummer-Kapital. Ja. Okay. Kommen wir nun also zum großen Finale dieser Show, nämlich dem großen V-Tennis-Turnier Australian Open, da Herr Scholz ja zur Zeit in Australien war. Jetzt also Australian Open hier live, um den großen Gewinner dieser Spiegelshow zu ermitteln. Das ist also die neue Wii-Konsole. Wir haben einmal auf der linken Seite Christian Scholz und auf der rechten Seite Uwe Eisenbeiß. Wir haben etwas die Avatare bearbeitet, sodass es gut aussieht. Wir machen ein Spiel zwei vor drei. Also, es ist ganz einfach wie auf dem normalen Center Court. Aufschlag hat Herr Scholz auf A. Auf A werfen Sie und dann schlagen. Und dann ganz normal schlagen. Ja, wir gehen nach hier. Genau. So, was bin ich, dass da vorne ist? Ach Gott. Zum Glück muss ich nicht richtig alles spielen. Genau. Also gut, fangen wir an. Alles gefilmt? Okay. Und dann gleich ein Aus für Herrn Scholz. Achso, ich muss jetzt nicht gehen. 15-0. Oh je. Das ist wieder ein Punkt. Ja, Tennis ist kein Gefühl. Ich muss mich gleich werfen. Perspekt. Zufallstreffer. Es gibt gar keinen Applaus. Was ist denn da los? Komisch, ja. Da ist doch normalerweise... Vielleicht müssen wir den höher werfen. Also was wir. Jetzt war Gartler. Die Nachbista. Die Nachbista. Die Nachbista. Die Nachbista. Jaja, jaja, jaja. Bist du bist? Vielen Dank. So, jetzt haben wir noch einen Spielball für Herrn Scholz für das erste Spiel aus. Ein Stand zurück. Und da kommt er nicht mehr ran an den Ball. Vorteil für Herrn Eisenbeiß. War der nicht etwa aus? Der war drin. Der hat noch die Linie gekratzt. Ja, aber im Einzelgelden die Innenregel... Ich bin Doppel, Herr Scholz. Ich bin Doppel. Okay. Ich hab's ja mal probiert. Ah, dein Arzt. Das wird jetzt ganz spannend. Ich hab's ja mal probiert, aber vielleicht hätte ich es richtig verstanden. Fans freuen sich. Hinten gibt hier mal ein bisschen Publikum. Wie kann ich das jetzt noch sagen? Ah, ah. Wieder Vorteil für Herrn Eisenbeiß. Also, das geht hier hin und her. Da ist noch nicht... Wir spielen jetzt bis heute Nacht bei Scholz. Und da kommt das Ast. Da ist wieder ein Stand. Also, das könnte noch wieder eine längere Sache werden. Wie so oft hier bei den Australian Open Open Center Court. Ich kenne dir, der wenigstens das gehört. Unter Netz. Also, wieder Vorteil. Uwe Eisenbeiß. Der hat sogar meine Frisur da oben. Da geht er ins Aus. Vorteil zu Einstand. Und er läuft im Vorteil. Also, das sind wir einfach... Das ist jetzt spannend. Ja, ja. Wir machen das jetzt extra fürs Publikum. Wieder ein Stand. Also, das Publikum bekommt was für sein Geld hier. Ja, das ist auch richtig so. Ich hab jetzt... Du merkst es auch immer, was du gesagt hast. Das Publikum macht dann auf, wenn wir so wollen. Und aus Vorteil erneut. Uwe Eisenbeiß, ich glaub, der sechste oder siebte inzwischen. Andere haben da schon längst ein Spiel gewonnen. Na ja, gut. Mal gucken, wie es weitergeht. Und er war ganz knapp im Aus. Und damit haben wir ein Spiel. Uwe Eisenbeiß macht das Break. Und jetzt aufschlagen mit A und los geht's. Zweites Spiel. Oh. Aber wir waren noch drin. Das ist ja ganz stark. 0-15. Wie dieses Männchen da aussieht, das ist ja verboten. Und da schlägt er ein Luftlob. 30-0. Dann 0-30. Viel mehr. Liebe Zuschauer, die auf die Volksmusik warten, die Sendungen verzögern sich noch um einige Minuten. Aber wir haben hier ein sehr interessantes Match auf dem Center Court. Da wollen wir noch nicht rausgehen. 30-0. 15.30 Uhr jetzt. Ein Netzroller, der dann ins Aus geht. Erneut aufschlagen. Jetzt lange, hohe Welle. Man merkt die Ermüdungserscheinungen auf dem Center Court. Es ist sehr heiß hier in Melbourne. Das sind Tops für den Lops. Das merkt der Kommentator nicht. Es ist sehr heiß hier in Melbourne. Selbst ich in meiner Reporter-Kabine fange jetzt an zu schwitzen. Und da zieht er jetzt aus. 15 zu 40. Das war der Zuge. Das war der Zuge. Das machen wir jetzt noch mal extra Treme. Das machen wir jetzt noch mal extra Treme. Und damit haben wir das Spiel bei Herr Scholz. Also 1 zu 1. Das letzte Spiel entscheidet jetzt, wer Gesamtsieger hier bei der großen Orga-TV-Spielshow wird. Der Ball ist wieder im Spiel. Und der Punkt an Herrn Scholz. 15 zu 0. Das hat doch auch immer der Boris Becker damals gemacht. Er ist noch zwei Punkte vom Sieg entfernt. Die Nervenengelang. Die Nervenengelang, ja, ich merk's. Er zeigt Nerven. Drei Matchbälle jetzt für Herrn Scholz. Wenn er das nicht macht, dann... Wissen wir auch nicht. Dann müsste es schon sehr übel hier zugehen. Und das war's. Ich hab den Schläger gar nicht hinschmeißen. Wir haben das Spiel. So, und damit haben wir einen Sieger von unserem großen Orga-TV-Gewinnspiel. Und das ist Herr Professor Dr. Scholz. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Und Frau Weihnacht. Danke. Glückwunsch. Danke schön. Auf jeden zweiten Sieger. Frohe Weihnachten. Und wir verabschieden uns für diese Woche. Wir wünschen euch auch ein schönes Weihnachtsfest. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis nächstes Jahr. Nächstes Jahr fängt die ÖMP an, die Übung zur Medienpraxis. Fünf Wochen lang bieten diese Teams euch das Neueste aus der Welt, aus der mobilen Welt. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss. Haltet die Ohren steif. Verschallings. Ich bin die Ohren. Ich bin die Ä Manye in der Mil 맞ientes. Okay, ich bin die Ohren steif. Alles in der Oiweh. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020